Jeder hat ja so seine Magic Sauce beim Podcasten. Ja, auch wir. Und weil wir uns dachten, ach, wir sind eh so offen, erzählen wir euch heute, welche Tools wir sehr gerne nutzen, unabhängig davon, welche wir schon vorgestellt haben. Also viel Spaß mit dem Intro und mit dieser Episode. Hallo, Michel. Hallo, liebster Dio. Wie geht's? Blendend, ewig schon nicht mehr gesehen. Und es freut mich immer wieder, wenn wir aufnehmen. Ja, wir haben jetzt Dienstag. Ja, genau, wir haben Dienstag. Und wie an jedem Dienstag kommt eine Tool-Episode. Heute sogar über ein paar Tools, die wir uns zum Herzen genommen haben. Genau, weil wir uns gedacht haben, wir nutzen doch so viele Tools und wir wollen einfach mal sagen, was nutzen wir gerne. Und hier haben wir uns ein paar Gedanken dazu gemacht und ich bin auch dankbar, dass wir diese Episode heute aufnehmen. Wirklich? Warum? Weil es für mich, ich habe ja zwei Tools rausgesucht, die ich sehr gerne verwende für Sogit Podcast, aber auch für Podcast Creator und für die Podfluencer. Also ohne diese zwei Tools wäre sehr viel nicht möglich. Definitiv, ja. Also wenn ich jetzt bei dir so spoilern darf, ja, definitiv, bei den Tools, was du verwendest. Bei mir würde einfach vieles nicht so laufen. Wahrscheinlich wäre ich jetzt nicht hier. Wahrscheinlich könnten wir nicht mehr Podcasten. Ja. Ja. Also nicht so in der Form. Man könnte natürlich auch anders irgendwie Podcasten, aber das ist nicht so smart. Definitiv, ja. Da gebe ich dir recht. Aber ich möchte dir doch den Vorrang lassen, weil ich glaube, du hast ein paar andere Tools am Start, die auch dem einen oder anderen hier interessieren würden. Ja. Also ich habe ein Tool. Soll ich mit dem am anderen, also mit dem unterbewertesten anfangen oder soll ich mit dem anfangen, was eh schon einige kennen? Ich fange mal an mit dem, die jetzt, dass ihr schon einige kennen. Okay, da hast du die Frage selber beantwortet. Sehr gut. Sorry. Ich beginne mit CapCut. CapCut ist so ein mega cooles Tool. Ich weiß nicht, ob wir schon darüber eine Episode gemacht haben. Ich glaube nicht. Bin mir jetzt sehr unsicher, aber ich denke mal nicht. CapCut nutze ich aus dem Grund sehr gerne, weil ich damit unsere Shorts beziehungsweise Kurzvideos schneide für die Podcast Creator oder halt für die Podfluencer oder halt für egal welches Projekt, das ich betreue, weil du einfach mit wenigen Klicks extrem coole Transitions erstellen kannst, ultra einfach cutten kannst und was ich halt extrem liebe daran, ist das Transkriptionstool, weil es so easy ist. Einmal nur klicken, Text automatisch erstellen und es rattet dir über das komplette Video rüber und du hast schon eine Transkription für dein Video und einen Untertitel und du kannst es eigentlich schon auf Instagram und Co. posten und hast schon die perfekte Werbemöglichkeit für deinen Podcast. Also es ist geil. CapCut ist mega cool. Das ist ein Tool, das ich auch gerne verwende und natürlich ist es mega easy in der Anwendung und wie du schon sagst, CapCut ermöglicht uns sehr einfach, sehr schnell und kostenlos, muss man auch sagen, die ganze Bearbeitung und es ist tatsächlich eine App, sage ich mal, die viele noch nicht kennen. Viele denken, oh, irgendwas mit TikTok oder so, keine Ahnung, die kennen sich da noch nicht so aus, aber wirklich ist echt eine sehr coole App, kann ich auch nur sehr empfehlen. Und da will ich einen Hack erwähnen, den wirklich kaum jemand kennt, glaube ich. Instagram und TikTok vertragen sich ja nicht gut und CapCut ist ja eine App, die von TikTok erstellt wurde und auch einen TikTok Tag enthält in der Meta-Datei. Und damit ihr diesen TikTok-Meta-Tag umgehen könnt, könnt ihr es auf eurem Gerät am iPhone oder halt am Android-Smartphone abspeichern, weil meistens postet ihr dann auch über das Smartphone. und dann auch über das Smartphone abspeichern. Nice.